Hallihallo, herzlich willkommen bei Comprehensible German. Auf diesem Kanal lernst du Deutsch durch Zuhören und Zuschauen. Ganz einfach. Wenn du beim ersten Mal noch nicht alles verstehst, kein Problem. Schau dir das Video einfach ein paar Mal an. Das sind meine Hände. Die Hände. Ich habe eine rechte Hand und eine linke Hand. Ich habe zehn Finger. Die Finger. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Finger. Meine linke Hand hat fünf Finger und meine rechte Hand hat auch fünf Finger. An jedem Finger habe ich auch einen Fingernagel. Der Fingernagel. Das ist der kleine Finger. Der kleine Finger. Der kleine Finger ist klein. Er ist nicht groß. Er ist nicht groß. Der kleine Finger ist klein. Das ist der Ringfinger. Der Ringfinger. Ich trage einen Ring am Ringfinger. Der Ringfinger. Das ist der Mittelfinger. Der Mittelfinger. Der Mittelfinger ist in der Mitte. Die Mitte. Auf dieser Seite sind zwei Finger. Und auf dieser Seite sind auch zwei Finger. Der Mittelfinger ist in der Mitte. Das ist der Zeigefinger. Der Zeigefinger. Mit dem Zeigefinger kann man auf Dinge zeigen. Zeigen. Ich zeige auf den Ring. Ich zeige auf meine Hand. Ich zeige auf den Tisch. Zeigen. Das ist der Daumen. Der Daumen. Wenn dir dieses Video beim Deutschlernen hilft, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben. Einen Daumen nach oben geben. Einen Daumen nach oben geben. Wo ist meine rechte Hand? Wo ist meine rechte Hand? Hier ist meine rechte Hand. Wo ist meine linke Hand? Hier ist meine linke Hand. Ist das mein linker Ringfinger oder mein rechter Ringfinger? Das ist mein linker Ringfinger. Wo ist mein rechter Ringfinger? Hier ist mein rechter Ringfinger. Ist das mein rechter Ringfinger? Ist das mein rechter Ringfinger? Ist das mein linker Daumen? Ja, das ist mein linker Daumen. Wo sind meine kleinen Finger? Hier sind meine kleinen Finger. Mit meinen Händen kann ich viele Dinge machen. Die Dinge. Ich kann mit meinen Händen auf Dinge zeigen. Zeigen. Ich kann mit meinen Händen auf Dinge anfassen. Ich kann mit meinen Händen Dinge anfassen. Ich fasse meine Hand an. Ich fasse den Tisch an. Ich fasse den Ring an. Anfassen. Ich kann mit meinen Händen klatschen. Ich kann mit meinen Händen eine Faust machen. Die Faust. Die Fäuste. Ich kann mit meinen Händen winken. Winken. Was mache ich mit meinen Händen? Winken. Was mache ich mit meiner rechten Hand? Ich zeige auf den Ring. Zeigen. Was mache ich mit meiner linken Hand? Ich fasse den Tisch an. Anfassen. Was mache ich mit meinen Händen winken. Was mache ich mit meinen beiden Händen? Ich klatsche. Was mache ich mit meiner linken Hand? Ich mache eine Faust. Die Faust. Und was mache ich mit meinen beiden Händen? Ich winke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.